Über den Hunger in der Welt und die Gleichgültigkeit der Satten spreche ich mit Till Warnbeck. Er ist der Vorstandschef der Deutschen Welt Hungerhilfe. Herzlich willkommen zum DW-Interview, Herr Warnbeck. Danke sehr. Mein Name ist Thomas Spahn und herzlich willkommen auch Ihnen zu diesem Gespräch. Herr Warnbeck, auf der Webseite Ihrer Organisation liest man über Sie, dass Sie James-Bond-Filme lieben. Kommt die Sympathie möglicherweise daher, weil James-Bond ein Macher ist und am Ende eben doch die Welt rettet? Ach, das weiß ich nicht. Ich glaube, so tiefenpsychologisch ist es wahrscheinlich gar nicht. Ich mag einfach so ein bisschen Action und ehrlich gesagt nach einem hektischen Tag so ein bisschen abspannen. Auf der anderen Seite, es stimmt natürlich schon, der James-Bond, der kriegt die PS auf die Straße, der tut was und macht es häufig mit Humor, zumindest in den früheren Filmen. Das finde ich eigentlich ganz empatisch. Sie beschreiben sich ja selber auch als Machertyp eher, der in der Wirtschaft sein Handwerk gelernt hat. Und Sie haben ähnlich Großes vor. Sie wollen mithelfen, nämlich den Hunger in der Welt bis 2030 zu besiegen. Wo ist die Not aktuell am größten? Also wir sehen Hunger eigentlich hauptsächlich in Asien. Da leben die meisten Hungernden der Welt und sehr stark in Afrika. Da ist der Prozentsatz der Hungernden am größten. Ganz im Moment konkret gibt es eine furchtbare Hungersnot im Osten von Afrika. Da sind 12 Millionen Menschen vom Hunger bedroht. Und in Kriegsländern, Südsudan, Jemen, Nigeria, nochmal 20 Millionen. Im Moment herrscht gerade in Afrika eine ganz furchtbare Situation mit sehr viel Hunger. Deswegen will UN-Generalsekretär Guterres Geld einsammeln. 4,4 Milliarden Dollar möchte er haben, um 25 Millionen Menschen auf Dauer zu retten vor dem Hungertod. Es ist erst ein Bruchteil dieser Summe zusammengekommen. Und der deutsche Entwicklungsminister Müller sagt, das ist eine Schande. Stimmen Sie zu? Ja, in der Tat, das ist ein Skandal. Wir wissen schon seit langem, was auf uns zukommt. Die Zahl von 4,4 Milliarden Dollar, die gefordert sind, halten wir für realistisch. 400 Millionen sind erst eingegangen. Das ist ein Skandal. Da ist viel zu wenig passiert, viel zu spät. Deutschland hat seine Hilfe aufgestockt. Auf jetzt 300 Millionen für Ostafrika tun wir das, weil wir so großherzig sind und das Problem dort gerade sehen. Oder tun wir das auch, weil wir die Migration aus Afrika eindämmen wollen? Ich glaube, wir tun es, weil wir wissen, dass diese zwei Kontinente zusammengehören. Dass wir nicht langfristig auf einer Insel der Glückseligen leben können und uns nicht um das kümmern, was um uns herum passiert. Was wir in unserer Arbeit immer wieder merken, ist, wir müssen Perspektiven schaffen für Menschen in ihren Heimatländern. Da wollen die bleiben. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der freiwillig flieht. Und klar ist, wer keine Perspektive sieht, in seiner Heimat für seine Familie zu sorgen, der wird sich dann irgendwann auf den Weg machen. Besonders schwierig ist das mit der Perspektive, Sie haben es schon angesprochen, im Südsudan, da gibt es nicht nur Hunger, sondern da herrscht auch noch ein Bürgerkrieg. Sie helfen, so gut Sie können, mit Ihrer Organisation trotzdem. Wie viele Menschen können Sie da helfen? Die Menschen, die wir erreichen, leiden keinen Hunger. Wir haben da gute Programme, wir können Nahrungsmittelverteilungen machen. Nicht nur für die Menschen in den Flüchtlingslagern, sondern auch für die Menschen in der Umgebung. Das Schlimme ist, wir kommen an die meisten Menschen nicht ran und das liegt am Krieg. Da führt eine Regierung Krieg gegen die Zivilbevölkerung und die Leidtragenden sind die Ärmsten der Armen. Könnte die internationale Gemeinschaft nicht viel mehr tun, um den Krieg dort zu beenden, der das Grundübel ist? Beispielsweise die Konten der Kriegführenden einfrieren? Entwicklungshilfe allein, Nahrungsmittelverteilung löst das Problem nicht. Das Problem muss politisch gelöst werden und das heißt Waffenembargo, das heißt im Zweifelsfall Konten im Ausland einfrieren. Und das heißt Druck ausüben, vor allem durch die Anrainerstaaten. Da passiert noch viel zu wenig. Afrika ist eigentlich ein reicher Kontinent, reich ein Bodenschätzen, auch durchaus reich an fruchtbaren Ebenen und trotzdem herrscht Korruption, Unterdrückung, Krieg und Hunger dort. Sie können die Strukturen nicht ändern, Sie können Nothilfe leisten. Ich teile Ihre Einschätzung da eigentlich gar nicht. Wir können schon an Strukturen arbeiten. Es gibt viele Fälle und viele Beispiele, gerade auch in Afrika, wo wir an Strukturen arbeiten und immer von unten nach oben. Eine Hilfsorganisation, ich komme jetzt gerade aus dem Kongo zurück. Kongo ist ein unglaublich korruptes Land und ein Land, wo der Präsident auf Kosten seiner Bevölkerung lebt und sich es gut gehen lässt. Aber auch in solchen Kontexten schaffen wir es, den Schritt aus der Nothilfe rauszugehen, also zunächst mal Leben über Leben zu sichern, aber dann mit den Gemeinschaften, mit vor allem Frauen in dörflichen Strukturen einen Schritt weiter zu gehen, ihnen zum Beispiel Zugang zu Märkten zu schaffen, ihnen eine politische Mitsprache zu geben, sicherzustellen, dass ihre Stimme gehört werden. Das sind kleine Schritte, aber viele kleine Schritte führen dann doch zum Ziel. Ein anderes Beispiel ist Äthiopien. In Äthiopien sehen wir eine Entwicklungsdiktatur letztendlich, die bestimmt nicht alles richtig macht. Unser Ansatz ist, auf der lokalen Ebene mit lokalen Regierungen zusammenzuarbeiten und von unten die Prozesse zu stärken. Das funktioniert teilweise ausgesprochen gut. In anderen Ländern bin ich unglaublich frustriert. Im Südsudan, Sie hatten es gerade angesprochen, da ist von langfristiger Strukturarbeit nicht die Rede. Da geht es darum, Menschenleben zu retten und das tun wir. Wenn Sie diese Regionen besuchen, wo auch Hungernde sind, wie gehen Sie denn persönlich abends ans Buffet? Mit welchen Gefühlen? Ja, das ist natürlich immer eine schwierige Situation. Ich glaube, mir geht es wahrscheinlich so wie einem Arzt auch, der versucht, tagsüber Menschen gesund zu machen und ist mit Leid konfrontiert. Und muss das aber ein Stück weit auch von sich wegschieben, dass er nicht sozusagen Tag und Nacht nur ans Leid denkt. Mir geht das auch so. Ich versuche das. Auf der anderen Seite bin ich häufig natürlich unglaublich frustriert und traurig. Ich komme jetzt gerade aus Somaliland zurück, wo ich gestern war und habe da mit Frauen gesprochen, die gesagt haben, die sind mit Hab und Gut mit elf Kindern aufgebrochen, sind 300 Kilometer gezogen in der Hoffnung, Regen zu finden. Und die sagen mir, seit sechs Monaten wachen meine Kinder jeden Morgen auf und sagen mir, ich habe Hunger und ich kann ihnen nichts geben. Das lässt mich nicht kalt, gerade weil ich selbst drei Kinder habe und mir vorstellen kann, wie es sich anfühlt, wenn man seine Familie wegschwinden sieht. Das ist ein furchtbares Erlebnis. Wir hatten den Südsudan angesprochen, wo der Bürgerkrieg wütet. Angenommen, es gelänge, den Krieg zu beenden. Was könnte man alles für das Land tun? Der Südsudan ist ein schönes Beispiel dafür, was möglich ist. Der Südsudan kann sich selbst ernähren. Es ist unglaublich fruchtbar. Als ich jetzt da war, habe ich Felder gesehen, Wasser, es gibt Flüsse. Das Land kann sich selbst ernähren. Das Land hat sich auch in großen Teilen selbst ernährt, gerade im Süden. Das ist alles möglich in dem Moment, wo sich die Menschen wieder raustrauen. Der Hunger im Moment liegt daran, dass die Menschen Angst haben, auf ihre Felder zu gehen, Angst vor marodierenden Milizen und vor Vergewaltigung. Wenn da Frieden herrscht, dann kann man den zweiten Schritt in den Wiederaufbau gehen und dann kann man den zweiten Schritt in die Selbsthilfe gehen. Das macht mir Zuversicht, aber wir brauchen endlich Frieden in diesem Land. Eine Folge für den, oder eine Ursache für den Hunger ist ja auch der Klimawandel. Und Sie werben für Versicherungen gegen beispielsweise das Risiko einer Dürre. Wie würden die funktionieren? Eine Klimaschutzversicherung ist ein neues Modell, was eigentlich ziemlich einfach ist. Die Idee dabei ist, dass man nicht erst dann sich um Gelder kümmert, wenn der Schaden eingetreten ist, sondern dass man schon im Vorfeld versucht, sich abzusichern. Bei allem, was mit Klima zu tun hat, funktioniert das eigentlich recht gut. Für einen Erdbeben können Sie sich schlecht absichern. Aber bei einer Dürre wissen Sie irgendwann, die Regenfälle bleiben aus. Sie wissen, sechs Monate später wird es keine Ernte geben und dann werden die Menschen hungern. Eine Versicherungsleistung bedeutet, man zahlt vorher ein in einen Versicherungsfonds. Der zahlt aus in dem Moment, wo die Indikatoren auf Rot springen. Aber Herr Warnbeck, die Hungernden werden sich die Versicherung kaum leisten können. Ich denke, gerade was den Klimawandel angeht, das müssen diejenigen bezahlen, die ihn eingebrockt haben. Das sind wir, das sind die Industriestaaten. Wir haben den Klimawandel verbrochen. Wir dürfen die Ärmsten nicht die Zeche zahlen lassen. Ich denke, dass man das aber durchaus auch auf verschiedenen Ebenen machen kann. Die Staaten können einzahlen in Versicherungen, die betroffenen Regionen können einzahlen und auch Bauern können durchaus einzahlen in Klimaschutzversicherungen, solange wir sicherstellen, dass im Fall eines Ausfalls eine gewisse Bürgschaft da ist, dass sie also kein zu großes Risiko eingehen. Ich denke, Versicherungslösungen funktionieren von der Staatengemeinschaft bis runter zum Bauern durchaus. Man muss einfach nur die richtigen Modelle haben und man muss den Mut haben, es auch mal auszuprobieren. Aber noch gibt es diese Übereinkunft nicht, dass die, die den Klimawandel mit verursachen, eben auch das bezahlen. Da muss man darauf hinarbeiten. Wie weit wird bis dahin der Klimawandel den Kampf gegen den Hunger zurückwerfen? Also wir merken, dass der Klimawandel einer der größten Treiber von Hunger mittlerweile ist. Ich nenne das immer die drei Ks, Kriege, Krisen und Klima. Klimawandel sehen wir gerade im Osten von Afrika, aber auch in Asien als entscheidender Faktor. Die Lebensgrundlage von Hirtenvölkern wird völlig in Frage gestellt. Das ist die größte Herausforderung, der wir uns wahrscheinlich am dringlichsten stellen müssen. Herr Warnbeck, wir beenden unser persönliches Gespräch immer mit unseren drei unvollendeten Thesen. Und der Bitte an Sie, die zu ergänzen. Mein Vater und mein Großvater waren evangelische Pastoren. Von Ihnen habe ich gelernt? Dass Privileg Verantwortung bedeutet. Ich bin privilegiert, so wie jeder, der in Deutschland geboren ist, privilegiert ist. Und ich habe von meinen Eltern, meinem Vater, meiner Mutter und auch von meinem Großvater gelernt, dass das bedeutet, eine Verantwortung sich für Schwächere einzusetzen. Mit meinen Erfahrungen in der Wirtschaft möchte ich bei der Welthungerhilfe? Erreichen, dass wir noch bessere Ergebnisse erzielen. Die Wirtschaft ist sehr gut darin, Ergebnisse zu erzielen und weiß häufig nicht so genau, warum eigentlich. Wir als Hilfsorganisation wissen sehr genau, warum wir das machen. Und ich glaube, wir können von einigen wirtschaftlichen Prozessen durchaus lernen, um besser zu werden, effizienter zu werden, um noch stärkere Ergebnisse zu erreichen, die in unserem Fall nicht die Steigerung des Aktienkurses sind, sondern Menschen aus dem Hunger bringen. Eine Welt ohne Hunger, dieses Ziel bleibt keine Utopie, weil? Weil wir in den letzten Jahren sehr, sehr viele Fortschritte gemacht haben. Bei allen Krisen, über die immer berichtet wird, lassen wir leicht außer Acht, wie viel sich ja schon getan hat. Wenn Sie sich angucken, Kindersterblichkeit. 1960, über 20 Prozent der Kinder unter fünf Jahren sind gestorben. Heute ist die Zahl unter fünf Prozent. 1990, vor 25 Jahren, gab es 24 Prozent Hunger auf der Welt. Jetzt hat sich die Zahl halbiert auf zwölf Prozent. Da gibt es schon unglaublich viel Fortschritt. Der geht noch nicht schnell genug, das muss weitergehen, aber wir wissen, es geht in die richtige Richtung. Und deshalb kann man null Hunger bis 2030 auch erreichen. Herr Warnbeck, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Herr Warnbeck, herzlichen Dank.